Hey, du, komm mal näher. Oh, ich weiß, was los ist. Du hast Angst, weil ich der große, böse Wolf bin. Ich bin der Schurke in jeder Geschichte. Und das ist die Gang. Miss Tarantula, Mr. Shark, Mr. Piranha, Mr. Snake. Alle verstanden? Verstanden. 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 Wir sind die Gangster Gang. Gangster Time, Baby. Shark, Ablenkungsmanöver. Darf ich improvisieren? Na schön, aber bitte dezent. Ich bekomme ein Baby. Ist ein Arzt anwesend? Oder vielleicht ein paar Security-Leute, die ihren Posten verlassen und mir helfen könnten? Man hat uns nie die Chance gegeben, mehr zu sein als nur Kriminelle. Aber diese Karten wurden uns gegeben, also spielen wir sie aus. Nein. Wart sich, Helfin. Alles in Ordnung, Ma'am? Danke, mein Lieber. Sie sind ja so ein guter Junge. Warten Sie, wie, was? I'm a bad guy. Alles klar, Bruder? Alles bestens. Ja, ja. Habt ihr euch mal gefragt, wie es wäre, wenn die Welt keine Angst vor uns hätte? Das wird niemals passieren. Leute, wie wäre es, wenn wir jetzt gut werden? Bist du auf den Kopf gefallen? Ihr Gangster habt ein Image-Problem. Ihr braucht einen Image-Wechsel. So cool, Meno. Das war's mit unserer Glaubwürdigkeit. Ich hab's satt, ein Außenseiter zu sein. Vielleicht will ich auch gar kein... Was? Kein Gangster sein? Irgendwann musst du dich entscheiden zwischen deinen Freunden oder dem guten Leben. Sie sind die einzigen Freunde, die ich jemals hatte. Du hast die Chance, deine eigene Geschichte zu schreiben. Was hast du zu verlieren? Keine Ahnung, meine Würde. Und ja, der Zug ist schon lange abgefahren. Süd. Das ist ein Tierversuchslabor, gefüllt mit hilflosen Meerschweinchen. Ich rette sie. Du hast dich noch nie freiwillig für irgendwas gemeldet. Na los, Snake, mach schon auf. Ganz ruhig. Diese Türen sind schwer zu öffnen. Snake! Soll das jetzt ein Bitt sein? Wir sollten sie doch retten und nicht fressen. Nun, ich würde sagen, sie sind jetzt an einem besseren Ort. Um der Bittszeit. Um der Bittszeit. Oh! Um der Bittszeit. Danke fürs Zuschauen. Verratet uns gerne unten in den Kommentaren eure Meinung. Wie fandet ihr das Video? Lasst gerne ein Like da und auch ein Abo. Und vergesst dabei nicht, das Glöckchen zu aktivieren. äblich. Untertitelung des ZDF, 2020